Moin und herzlich willkommen zu Disney Dreamlight Valley. Da ich aktuell viel Freude daran habe, das Spiel zu spielen, möchte ich euch neben den Livestreams auch mit News und Updates zu Disney Dreamlight Valley versorgen. Fangen wir an mit der Pride-Aktion, die Gameloft am 21. Juni gestartet hat, um den Pride-Monat im Spiel zu feiern. Teil dieser Aktion sind die brandneuen Pride-Shirts, die ihr derzeit in Dreamlight Valley kostenlos erhalten könnt. Alles, was ihr tun müsst, ist die Codes einzulösen, die ich euch in die Videobeschreibung gepackt habe. Geht dazu im Spiel auf Einstellung und dann auf Hilfe. Klickt auf Einlösungscode und gebt den Code dort ein. Anschließend klickt ihr dann auf Einfordern. Nun müsst ihr nur noch zu eurem Briefkasten gehen und die Belohnung abholen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es geklappt hat und wie ihr die Shirts und die Aktion von Gameloft findet. Wenn ihr keine News rund um Disney Dreamlight Valley mehr verpassen möchtet, abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.